Ich beginne mit einer Geschichte, die ist nicht mir passiert, aber ein sehr guter Freund von mir und die passt gut zum Thema. Ziemlich gut. Dieser Freund von mir ist ein hervorragender Arzt und seinerzeit, als sich die Geschichte zugetragen hat, war er Unfallchirurg in einem mittelgroßen Krankenhaus in einer kleinen Stadt. Als Unfallchirurg hat man, wie man sich das so vorstellen kann, durchaus viele Entscheidungen zu treffen, auch im Operationssaal, die dann durchaus auch Entscheidungen über Leben und Tod sind. Er war ein sehr guter Chirurg, hat auch so manches Leben schon gerettet. Dann, eines Tages, kam es zu einer Fusion mit einem größeren Krankenhaus. Dadurch sollte ein sogenannter Maximalversorger entstehen. Also aus einem Klinikum, einem kleinen Krankenhaus mit wenigen hundert Mitarbeitern, wurde plötzlich ein mehrere tausend Mitarbeiter umfassendes Klinikum der Maximalversorgung. Und in diesem Fusionsprozess gab es dann natürlich, wie das dann so üblich ist, ganz viele Workshops und Meetings und so weiter. Und in einem dieser Meetings oder Workshops, wie auch immer man es nennen will, saß also dieser Freund von mir. In diesem selben Workshop saß auch der neue Personalleiter des Gesamtklinikums. Und da mein Freund, über den ich jetzt hier berichte, nicht nur ein sehr guter Arzt ist, sondern überhaupt auch ein sehr kreativer Mensch, hat er auch viele Ideen zu Prozessverbesserungen gehabt. Ja, und in diesem Workshop hat er dann auch den Mund aufgemacht und hat einfach so ein paar Ideen zum Besten gegeben, was man denn hier und da besser machen könnte. So, und dann kam die merkwürdige Antwort oder Reaktion des Personalleiters. Name erfunden. Herr Müller, Sie werden hier nicht fürs Entscheiden bezahlt. Preisfrage, was hat das wohl mit der Motivation von Herrn Müller gemacht? Das ist jetzt ein Einzelfall, kann man sagen. Zucken wir mit den Schultern, Einzelfall, nicht schlimm. Wie sieht es denn in der Breite aus, in ganz Deutschland? Also ich beziehe mich jetzt mal in erster Linie auf Deutschland. Schon genug, was man da tun kann. Und da habe ich dann recherchiert und habe ein bisschen Mathematik betrieben, aber relativ simple, weil besonders weit komme ich nicht über Subtrahieren und Addieren, vielleicht nur Multiplizieren. Aber ich habe ein bisschen was miteinander aufaddiert. Und dazu kam ich dann zur folgender Zahl. Zum schnelleren Erfassen, das sind grob gesagt ungefähr 1,3 Billionen. Nicht 1,3 Billionen Kieselsteine oder sonst was, sondern Sie können es sich vorstellen, Euro. 1,3 Billionen Euro, die Deutschland und der deutschen Wirtschaft, deutschen Unternehmen in der Zeit von 2001 bis 2013, in diesen 13 Jahren verloren gegangen sind. Warum und wodurch? Durch mangelnde Motivation in erster Linie. Ich habe da einfach die Jahressummen, die die Firma Gallup aufaddiert in einem Gallup Engagement Index zusammengerechnet. Ich musste teilweise noch ein bisschen hochrechnen. Ich habe mich auch mit Gallup zusammengesetzt, telefonisch und da so ein paar Rücksprachen gehalten. Und da kam ich zu diesem Ergebnis. Und Gallup hat eins getan, was ich sehr gut finde. Sie haben sehr konservativ gerechnet. Das ist eine repräsentative Studie, die jedes Jahr durchgeführt wird, seit 2001. Und das sind dann so pro Jahr ein paar hundert Milliarden, 150 mal 120 und so. Also die Größenordnung. Und was sie machen, ist, dass sie nur sehr belastbares Zahlenmaterial nehmen. Eigentlich nur zwei Variablen, die sie gewissermaßen zusammen addieren. Wo man wirklich relativ klar und einigermaßen objektiv die Daten tatsächlich feststellen kann. Und das, was sie da addiert haben, sind die Kosten, die den Unternehmen entstehen. Erstens durch kranken Fehltage und zweitens durch Fluktuation. Das ist in dieser Zahl enthalten. Was darin nicht enthalten ist, wenn Menschen wenig motiviert sind, in der Gallup-Sprache, dieses Gallup-Engagement-Index, wenn sie Dienst nach Vorschrift schieben oder in der inneren Kündigung sind. Das wäre das Schlimmste. Sie sind komplett vom Unternehmen eigentlich innerlich entkoppelt, haben überhaupt gar keine Lust mehr und fühlen sich da auch nicht mehr verantwortlich. In irgendeiner Weise. Was sie nicht berechnet haben, was durch diese mangelnde Motivation auch noch passiert, ist aus meiner Sicht mal mindestens Folgendes. Wir hätten da zum einen die mangelnde Qualität, die entstehen kann, wenn Leute nicht mehr wirklich sauber an etwas arbeiten. Und infolge der mangelnden Qualität, die geleistet wird, kann es natürlich auch zu höheren Reklamationsquoten kommen. Die gesenkte Produktivität. Wer arbeitet denn schon besonders produktiv, wenn er eigentlich überhaupt gar keine Lust mehr hat, das zu tun, was er da tun soll? Mangelnde oder schlechte Mund-zu-Mund-Propaganda. Auch ein gutes Werkzeug, um ein Unternehmen oder ein Produkt zu verbreiten. Also zum Beispiel Apple-Mitarbeiter sind tatsächlich relativ begeistert immer noch von ihren Sachen. Und das ist ein großer Vorteil dieses Konzerns, was er zweifelsfrei nutzt. Es gibt noch weitere wichtige Aspekte, nämlich eine gesenkte Innovationskraft. Wer keine Lust mehr hat, bringt nicht mehr wirklich Ideen ins Unternehmen mit ein. Und eine gesenkte Anpassungsfähigkeit der Unternehmen an die Umwelt. Märkte sind zunehmend dynamischer, zunehmend komplexer. Ich glaube, da würde ich jetzt Eulen nach Athen tragen, wenn ich jetzt anfange, über die Globalisierung zu reden und die Vernetzung. Das wissen Sie, wissen Sie alles vermutlich sogar besser als ich. Und aufgrund dieser Komplexität und dieser Dynamik ändert sich der Markt und das Umfeld des Unternehmens ständig. Und daran muss sich ein Unternehmen anpassen, sonst hat es gute Chancen, unterzugehen. Ich habe ein Unternehmen im Gepäck als Fallbeispiel gleich, wo das eine Rolle gespielt hat, die mangelnde Adaptivität oder Anpassungsfähigkeit, die auch unter anderem dadurch zustande gekommen ist, dass dort ein Demokratierückbau stattgefunden hat. Dazu komme ich dann aber gleich. Also all diese Dinge, von denen ich jetzt gesprochen habe, sind da nicht drin enthalten. Drin enthalten ist auch nicht, wenn Mitarbeiter komplett entkoppelt sind von ihrem Unternehmen, vielleicht sogar Wut haben, sich ungerecht behandelt fühlten, dass sie dann sabotieren, veruntreuen oder vielleicht auch mal was mitgehen lassen, auf gut Deutsch Diebstahl begehen. All das ist da nicht drin. Wenn man sich das überlegt, kann man davon ausgehen, die Summe wäre wahrscheinlich noch um einiges höher. Nur es lässt sich halt nicht so einfach berechnen. So, und jetzt kommt eine wichtige Frage. Nämlich, ist Unternehmensdemokratie eine Antwort oder eine Lösung für dieses Problem? Ich meine, ja. Ich würde das versuchen gleich darzustellen und bin dann auf die Diskussion anschließend gespannt. Und ich sage sogar noch etwas, sie ist nicht nur für dieses Problem eine Lösung, sondern auch noch für ein gesellschaftliches Problem. Aber eins nach dem anderen. Erstmal hierzu. Es gibt verschiedene Untersuchungen, die haben in den letzten 30 Jahren gezeigt, wenn Mitarbeiter in einem Unternehmen oder einer Organisation arbeiten, die demokratisch geführt wird, was genau das heißt, kommen wir auch noch zu, die demokratisch verfasst ist, wo Mitarbeiter mitbestimmen dürfen, vielleicht sogar selbst bestimmen dürfen, dies oder das, dann hat das positive Effekte im Innenverhältnis des Unternehmens, also für das Unternehmen. Die Mitarbeiter zeigen unter anderem zum Beispiel mehr Hilfeverhalten untereinander. Sie helfen sich gegenseitig mehr. Sie werden untereinander in den Teams solidarischer, halten besser zusammen, was die Teamarbeit und Kollaboration verbessert. Kollaboration ist ja heute auch so ein großes Stichwort. Und vollkommen unabhängig von dieser Studie, von diesem Gallup Engagement Index, kamen diese sehr, sehr verschiedenen Studien auch zu dem Ergebnis, dass die Demokratisierung tatsächlich auch die emotionale Bindung, wovon Gallup immer spricht, die emotionale Bindung an Unternehmen oder Organisationen, allgemein an den Arbeitgeber, erhöht. Und das ist genau das, woran es hier gemangelt hat, die emotionale Bindung an den Arbeitgeber. Und genau das konnte in verschiedenen Untersuchungen gezeigt werden, wird dadurch offensichtlich erhöht. Also so gesehen kann man durchaus sagen, ja, Unternehmensdemokratie kann aus wissenschaftlicher Sicht zunächst schon mal, was empirisch gezeigt werden konnte, eine Antwort darauf sein. Sie kann aber noch auf ein zweites spannendes Phänomen eine Antwort sein. Diese Unternehmen sind ja alle Teil von einer Gesellschaft. Die Interface ist auch ein Teil von der Gesellschaft. Ich als One-Man-Show bin Teil der Gesellschaft. Und diese Gesellschaft ist demokratisch verfasst. Und ich glaube, das finden wir auch alle mehr oder weniger gut. Allerdings haben wir in den letzten Jahren immer wieder mal so hier und da bemängelt, dass es ein schwindendes Wahlverhalten gibt, dass es irgendwie vielleicht zunehmend weniger Demokratieinteresse gibt, eine Demokratiemüdigkeit, Parteienmüdigkeit, was auch immer. Was auch weiterhin gezeigt werden konnte durch Studien seit ungefähr 1980, dass es einen ganz interessanten sogenannten Spill-over-Effekt gibt. Das heißt, die Leute, die in den Unternehmen arbeiten oder Organisationen, denen es einigermaßen demokratisch zugeht oder vielleicht sogar sehr demokratisch, wenn die abends rausgehen, in den Feierabend gehen, dann zeigen die zum Beispiel eine höhere soziale Verantwortungsübernahme. Fand ich schon mal sehr interessant. Sie zeigen aber auch, und das möchte ich noch kurz erklären, eine höhere sogenannte Selbstwirksamkeitserwartung, sage ich gleich, was das ist, in Hinblick auf eine gerechte Welt. Selbstwirksamkeitserwartung ist ein psychologischer Begriff, ein psychologisches Konstrukt, was vielfach getestet wurde und als sicher belegt gilt. Selbstwirksamkeitserwartung ist die Erwartung, die ich an mich selber habe, eine bestimmte Aufgabe zu lösen oder ein Problem zu lösen, selbst dann, wenn mir auf diesem Weg dorthin starke Widerstände entgegenkommen. Also ich kann selbst gegenüber den Widerständen oder Problemen, die auftauchen, tatsächlich die gesetzte Aufgabe erfüllen. Und wenn ich also eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung habe, dann heißt es, ich bin sehr davon überzeugt, dass ich das schaffe und dass ich auch gegen diese Widerstände und widrigen Umstände mein Ziel erreichen kann. Und das Interessante ist, dass es schon signifikant gezeigt werden konnte, immer wieder, dass diese Selbstwirksamkeitserwartung, wenn die hoch ist, tatsächlich auch dazu führt, dass die Leute im praktischen Tun auch erfolgreicher sind. Und wenn also die Arbeit in den demokratischen Organisationen, die Selbstwirksamkeitserwartung hinsichtlich einer gerechten Welt, großes Wort, was immer das heißt, aber für subjektive Erleben der einzelnen Leute, wenn sie dort sich selbst wirksamer fühlen, dann werden sie in der Gesellschaft tatsächlich auch mehr Beiträge dazu leisten können, dass es in dieser Gesellschaft aus ihrer subjektiven Sicht tatsächlich ein Stück weit gerechter zugeht und dass sie sich dafür engagieren werden. Ich habe das in meinem Buch dann so formuliert, Arbeit als Demokratielabor. Man muss sich einfach mal überlegen, wir arbeiten so ungefähr acht Stunden am Tag oder vier Stunden am Tag, je nachdem vielleicht so mal grob zwischen halber Job und Ganztagsjob irgendwie unterteilt, fünf Tage die Woche oder zweieinhalb Tage die Woche und das 20, 30, 40 Jahre lang. Also das ist etwas, wo wir ganz viel tätig sind und wenn wir da Demokratie üben können, so meine Behauptung und Hypothese, dann wäre das auch für die Gesellschaft durchaus dienlich. Soweit zu den Effekten und den Möglichkeiten, die da drin stecken, aus wissenschaftlicher Sicht. Bevor ich jetzt gleich zu drei Fallbeispielen komme, die so ein bisschen den Kern darstellen von meinem Vortrag, möchte ich jetzt noch zwei Dinge tun innerhalb dieser Erklärung einer Konzeptphase oder des Konzepts der Unternehmensdemokratie, nämlich erstens kurz sagen, was ich persönlich unter Unternehmensdemokratie verstehe. Das ist keine amtliche Definition, da gibt es auch verschiedene Vorstellungen. Ich verstehe darunter Folgendes, Unternehmensdemokratie ist mit oder Selbstbestimmung bei operativen, taktischen und oder strategischen Entscheidungen. Unternehmensdemokratie bedeutet mit oder Selbstbestimmung bei operativen, taktischen und oder strategischen Entscheidungen. Vielleicht wird das schon deutlich, das ist ein Kontinuum. Also die operativen Entscheidungen, das ist das im täglichen Arbeiten, an meinem Arbeitsplatz, was darf ich da vielleicht mitbestimmen, vielleicht sogar selber bestimmen, vielleicht darf ich mir sogar auch die Projekte, an denen ich mitwirke, selber aussuchen. Wird ja schon in vielen, vielen übertrieben, aber doch in einigen Unternehmen das tatsächlich geleistet. Operativ, äh, taktisch wäre dann zum Beispiel klassischerweise sowas wie Personalentscheidungen. Darf ich als einfacher Mitarbeiter die Personalentscheidungen mit beeinflussen? Es gibt Unternehmen, die ja tatsächlich schon Teams dazu ermächtigen, diesen ganzen Prozess komplett eigenmächtig abzuwickeln. Also angefangen bei den Feststellungen des Personalbedarfs über die Personalsuche, die Personaleinstellung bis hin zur Personalentlassung auch wieder. Das wäre eher so der taktische Bereich und strategische Bereich muss ich glaube ich nicht groß ausführen. Fusionen, Standortentscheidungen, ein radikaler Wechsel eines Geschäftsmodells, solche Dinge. So, also so würde ich jetzt Unternehmensdemokratie verstehen. Und um dieses Kontinuum jetzt noch ein bisschen deutlicher zu machen, ein sehr rudimentäres, einfaches Modell. Und zwar ist es in meinem Verständnis so, dass sich Unternehmensdemokratie auf drei Dimensionen abbilden lässt. In jeder Organisation, an jedem Arbeitsplatz. Da hätten wir zunächst mal den Grad der Partizipation. Mit dem Grad der Partizipation meine ich so ganz schlichte Dinge wie, darf ich überhaupt irgendwas mitentscheiden oder bin ich eigentlich nur Erfüllungsgehilfe? Also so, wenn man dem einen Buch, was ich da gelesen habe, über all die glauben darf, dann war es dort zumindest eine Zeit lang so, dass man wirklich eigentlich nur ein Roboter war. Ich musste sogar den Bleistift an eine bestimmte Stelle ablegen. Mein Schreibtisch musste auf eine bestimmte Art und Weise aussehen und geordnet sein. Und in der Schublade mussten bestimmte Dinge auf bestimmte Arten und Weisen drin sein. Also komplett standardisiert. Also das wäre dann so quasi Null-Mitbestimmung, Null-Demokratie auf der Dimensionsebene. Was anderes wäre so, ein klassisches Instrument, das kennen vielleicht viele oder einige von Ihnen, das ist der konsultative Einzelentscheid. Ich bin Führungskraft, gehe zu meinem Team oder meiner Arbeitsgruppe, 10, 15, 20 Leute. Ich habe eine wichtige Entscheidung zu treffen und ich konsultiere mein Team. Ich frage die, was meinen die zu dieser Entscheidung, die da ansteht? Was ist deren Vorstellung nach die beste Entscheidung? Oder was muss man alles bedenken, wenn man in diese Entscheidung eintritt? Und so frage ich die Menschen, gehe dann aber wieder zurück in mein stilles Kämmerlein oder in mein Büro und treffe dort eigenmächtig die Entscheidung, ohne dass die anderen tatsächlich mitwirken. Sie haben mich nur quasi beraten, deswegen konsultative Einzelentscheidung. Aber sie haben mich beeinflussen können. Inwieweit können sie nicht unbedingt hinterher beurteilen, aber es gab schon einen ersten Austausch. Das wäre schon mehr Mitbestimmung. Und was anderes wäre es dann aus meiner Sicht, wenn zum Beispiel der CEO gewählt wird. Das ist ja auch schon vorgekommen. Das ist zum Beispiel Haufe Romantis, worüber ich berichtet habe. Vor allem deswegen, weil es da noch viel zu berichten gibt, was bisher in der Presse nicht drin stand. Also, das ist der Partizipationsgrad. Dann, wie eben schon bei der Definition kurz erläutert, gibt es die Partizipationsreichweite. Das weiß ich nicht, kann das jeder noch lesen von da unten, aber ist jetzt, glaube ich, klar, ich habe es ja benannt, und das ist die Partizipationsreichweite. Also, ganz am Anfang das geringste Ausmaß, operativ, dann taktisch, dann strategisch. Und, aus meiner Sicht gibt es noch etwas, was noch hinzukommt, und das ist schlicht und ergreifend dann die Frequenz. Sprich, wie häufig, wie regelmäßig darf ich mitentscheiden oder vielleicht selber bestimmen. Das ist in meiner Wahrnehmung die drei Dimensionen, wo sich Unternehmensdemokratie abbilden lässt. Und vielleicht ist da jetzt auch relativ schnell klar, dass es auf allen Ebenen ist, dass es ein Kontinuum. Und das kann sich auch mal im Laufe eines Unternehmens selber ändern. Es wird mehr oder es wird weniger. Es ist nicht einfach ein On-Off-Muster. Ein Unternehmen ist demokratisch, und das kann ich sehr klar digital quasi wie so ein On-Off-Muster definieren, oder es ist nicht demokratisch. Gut, jetzt zu den Fallbeispielen. Denn es gibt sie, die Unternehmen, die doch zum Teil sehr demokratisch mittlerweile sich verfasst haben. Und zwar solche Unternehmen, und das fand ich spannend, die keineswegs von Anfang an demokratisch angefangen haben als Dreimann-Startup-Bude und das dann halt irgendwie konsequent durchgezogen haben. Was schon toll ist. Weil die meisten werden ja dann irgendwann relativ hierarchisch. Also formal hierarchisch und kommen in so eine typische Tannenbaum-Struktur rein, also vom Organigramm. Mit Funktionen und Abteilungen und klassischem Management. Also das ist auch eine Leistung. Aber ich finde es interessant, dass es eben auch Unternehmen gibt, die schon lange sehr formal hierarchisch top-down organisiert waren. Das erste Beispiel wäre aus dem Bereich der Finanzdienstleistungen. Ein Bereich, den man jetzt vielleicht nicht unbedingt mit sozialen Innovationen irgendwie in Verbindung bringt. Deswegen fand ich das so spannend. Es handelt sich um die Volksbank Heilbronn. Mich interessiert es einfach, wer von Ihnen, von euch kennt das Beispiel, außer wenn er jetzt mein Buch gelesen haben sollte, dann gilt es nicht. Aber ansonsten, wer kennt dieses Unternehmen? Volksbank Heilbronn. Ja, super. Okay, toll. Das ist dieser erste Wunsch schon mal geglückt. Ich würde gerne einfach wissen, dass mehr Leute dieses Beispiel kennenlernen. Die Volksbank Heilbronn, eine eingetragene Genossenschaft, wurde 1909 gegründet. Bis zum Jahr 2010, über 101 Jahre, wurde diese Genossenschaft, auch wenn sie eine Genossenschaft war und damit schon eine gewisse Nähe hat zu demokratischer Denke, keine Frage, aber sie wurde ziemlich klar top-down und sehr formal hierarchisch geführt. Wer ansonsten zum Beispiel auch Volksbanken kennt, weiß, sie haben auch ziemlich klare Strukturen und das ist auch ziemlich formal und formalisiert. Also 101 Jahre lang top-down, formal hierarchisch geführt. 2010 kam es dann zu einer Strategieentwicklung. Das Ziel dabei war noch überhaupt nicht irgendein Demokratisierungsprozess. Was passiert war damals, ist, dass der Vorstandsvorsitzende einen Berater gesucht hat mit seinen Vorstandskollegen zusammen, der tatsächlich mal zum Thema Führung irgendwie was anders macht. Und er hat angeblich lange gesucht und ich glaube ihm das. Doch irgendwie sind oft die Lösungen immer die gleichen, die dann angepriesen oder verkauft werden. Und dieser Berater, der hat dann irgendwann was ganz Tolles gemacht. Das war dann so wie beim bei dem Film Club der Toten Dichter. Einige kennen den von euch vielleicht. Da kommt dann in so einem Elite-Gymnasium kommt dann der neue Deutschlehrer, der John Keating, kommt rein, guckt seine Schüler an und die sind alle super ordentlich und super erzogen und diszipliniert und sitzen gerade da und dass sie nicht mit den Hacken knallen, ist auch alles. Und der John Keating sagt erstmal nichts und irgendwann, ich mache das jetzt nicht nach, ich vertraue nicht in die Stabilität dieses Tisches hier, steigt dann auf einen Tisch drauf und steht einfach oben auf dem Tisch. Die Schüler gucken hoch und denken, was soll denn das jetzt? Was ist das denn für ein Quatsch? Und das hat dieser Berater auch gemacht. Und genauso wie im Film die Schüler nur guckten, was ist jetzt los und eine Musterunterbrechung stattgefunden hat. Die Schüler waren gewissermaßen in Trance und guckten nur, so guckte nur der Vorstand nach oben und guckte und fragte sich, was soll das jetzt? Und er meinte ja, so wie Sie jetzt von unten nach oben gucken, so sollte es eigentlich sein. Sie stehen unten und Ihre Mitarbeiter stehen oben. Die klassische Organigramm-Pyramide sollten Sie eigentlich auf den Kopf stellen. Die Raute der Macht, vielleicht, keine Ahnung. Es gab es damals glücklicherweise, doch gab es schon, 2010 natürlich. So. Und das war ein denkwürdiger Moment tatsächlich. Das war wohl irgendwie so ein Impuls, der bei einem Vorstand ein Denkprozess ausgelöst hat, dass sie angefangen haben, darüber nachzudenken und noch nicht über Demokratie, aber sie haben eine spannende Frage gestellt. Wofür brauchen wir eigentlich Führung? Oder genau gesagt, Führungskräfte, also die auf einer festen Position befindlichen, in der Stellenbeschreibung definierten Führungskräfte. Wofür brauchen wir die? Dann gab es den Führungsdialog, da waren dann viele der 370 Mitarbeiter oder 380 fast waren es zu dem damaligen Zeitpunkt, waren dann dabei. Und dann haben sie dort die Frage auch gestellt, also vom Vorstand aus, wofür brauchen wir eigentlich Führungskräfte? Und dann ging es hin und her, ja, die haben die Verantwortung. Dann meinte der Vorstand, ja, wie, und ihr habt keine Verantwortung? Ja, doch, irgendwie haben wir schon auch ein bisschen Verantwortung. Ja, was habt ihr jetzt oder habt ihr keine? Ja, doch, ja, doch, wir sind auch verantwortlich. Also gut, Verantwortung, dafür brauchen wir sie schon mal nicht. Dann haben sie so weitergemacht und weitergemacht und irgendwann sind dann die Leute, die da zusammengearbeitet haben, zum Ergebnis gekommen, sie brauchen die Führungskräfte, um den Urlaubsschein zu unterschreiben. Und ich freue mich sehr, dass der Vorstand der Volksbank Heilbronn die Weisheit besessen hat, dann zu sagen, wenn das so ist, dann brauchen wir keine Führungskräfte mehr. Und dann gab es einen Prozess, der hat ungefähr so ein Jahr gedauert, bis zum 01.01.2011 und dann wurden formal alle Hierarchiestufen in der Volksbank Heilbronn abgeschafft, bis auf den Vorstand. Wenn jetzt einer denken sollte, ja toll, der Vorstand hat sich nicht abgeschafft, muss formal da sein, Genossenschaft, Gesetzgebung. So, was damit verknüpft war, also es gab keine klassischen Führungskräfte mehr, man konnte auch keine entsprechende Karriere mehr machen, sondern es gab dann sogenannte Prozessverantwortliche. Die konnten sich selber quasi bewerben und sagen, ich möchte gern für das Thema XY Prozess verantwortlicher werden und dann durften sie das auch ausprobieren, auch durchaus mit einer gewissen Toleranz in Richtung Trial and Error, vor allem die Leute, die vorher keine Führungskräfte waren. Es war dem Vorstand nämlich klar, die müssen das einfach mal ausprobieren. Die müssen einfach mal die Chance kriegen, das auszuprobieren. Was heißt es, in so eine Führungsrolle zu gehen? Erstens können sie das und zweitens wollen sie das auf Dauer überhaupt. Es ist mir dann auch berichtet worden, wie es Leute gab, die das gemacht haben und dann aber auch will der tatsächlich von sich aus gesagt haben, Mensch, Herr Hinderberger, Vorstandsvorsitzender, irgendwie, ich möchte es doch nicht und sind dann wieder zurückgetreten ins Team. Das ist auch nichts, was man dann bleibt auf lange Sicht, sondern dann hat man für einen bestimmten Prozess halt mal eine Zeit lang diese Führungsposition. Auch damit verknüpft war, mit dieser Abschaffung zum 01.01.2011 aller formalen Hierarchiestufen, dass es kein Disziplinarrecht mehr gab für einzelne Führungskräfte, was vorher ja normal war und auch Weisungsbefugnis. Das konnte nur noch in den jeweiligen Gruppen, die zusammengearbeitet, ausgeführt werden. Und das funktioniert jetzt seit fünf Jahren und ich habe mir halt auch unter anderem so ein paar Zahlen angeguckt, die ich ganz interessant fand. Die Volksbank Heilbronn hat von 1909 bis 2010 über 101 Jahre 41.006 Mitglieder gewinnen können für ihre Genossenschaft. In den fünf Jahren danach, vier Jahren danach, von 2011 bis 2014, 1.1.2011 bis 31.12.2014 waren es plus 5.800 Mitglieder, was, wenn man das umrechnet, auf das Jahr ein knapp dreimal so schnelles Wachstum bedeutet. Pro Jahr haben die dreimal so viele Mitglieder gewinnen können im Durchschnitt wie in 101 Jahren zuvor. Die Kundeneinlagen haben um den Faktor 5 zugenommen seit der Demokratisierung, die Kundenkredite, ich glaube, um den Faktor 5,5 so ungefähr. Das zeigt unter anderem auch, wie das in der Öffentlichkeit ankommt. Mir wurde auch einfach geschildert und die Zahlen zeigen das auch, dass es tatsächlich einen regelrechten Rann ausgelöst hat auf diese Bank, dass viele Leute dort wirklich auch genossenschaftliche Mitglieder werden wollen. Okay, soweit Fallbeispiel 1. Fallbeispiel 2. Eine ganz andere Branche, ein ganz anderes Unternehmen, eine vollkommen andere Geschichte. Automotive und Handel. Hopmann Autowelt. Kennt das jemand? Schön. Hopmann Autowelt wurde 1936 gegründet. Also auch schon, kann man sagen, für die heutige Zeit, ein Unternehmen, was schon sehr lange gelebt hat. Fußnote. Ich habe für mein vorletztes Buch mal Studien gesucht, wie groß ist die Lebenserwartung von Unternehmen heutzutage. Das Interessante ist, dass sie seit ungefähr den 1950ern, so bis in die 2000er, 2010er, so was um die Kante rum, hat die Lebenserwartung von Unternehmen drastisch abgenommen. So um die 1950 rum war die durchschnittliche Lebenserwartung eines Unternehmens bei 70 Jahren gelegen. Und während wir Menschen immer älter werden, sterben die Unternehmen aber immer schneller und immer früher. So um 2000, 2010 rum. Es gab verschiedene Studien, war das so zwischen 12 und 17 Jahre im Durchschnitt. Das ist doch verrückt. Also wir Menschen können immer älter werden, aber die Unternehmen krepieren immer schneller. Obwohl die ja eigentlich, eine katholische Kirche, wäre so ein Beispiel, mehrere tausend Jahre problemlos überleben können. Das Interessante an diesem Unternehmen ist jetzt Folgendes. 1936 gegründet von Martin Hopmann. Einfach ein Autohaus, wo Opel verkauft worden sind am Anfang. Und eine Werkstatt dabei war. Das Unternehmen prosperierte über 21 Jahre hinweg unter der Geschäftsführung des Inhabers Martin Hopmann. 1957 ist der plötzlich gestorben, unerwartet. Es war zwar im Vorfeld klar, dass sein Sohn Klaus Hopmann irgendwann eines Tages das Unternehmen übernehmen soll, aber zu dem Zeitpunkt war davon für ihn eigentlich noch gar nicht die Rede. Und er hat auch so gut wie überhaupt nicht in einem Unternehmen mitgearbeitet. Das hat ihn auch bis dahin nicht so richtig wahnsinnig viel interessiert. Aber dann auf einmal war sein Vater tot. Das war eine tragische Geschichte. Und irgendwie fühlte er sich dann doch dem verpflichtet und hat diese Position der Geschäftsführung und des Inhabers übernommen. Er hat das Erbe angetreten. Aber dann hat er etwas getan, was nur sehr, sehr wenige tun, die ein solches Geschäft erben. Er hat sich nämlich nicht nur gefragt, ja, kann ich das? Habe ich die Kompetenz dazu? Weil ich habe ja so lange da gar nicht mitgearbeitet. Eigentlich weiß ich gar nicht, was da genau passiert. Und wie soll ich das denn jetzt leiten und führen als Geschäftsführer? Er hat sich noch eine ganz andere Frage gestellt, nämlich darf ich das? Also aus ethischer Sicht. Interessante Frage. Also rechtlich wissen wir alle, natürlich, klar, je ein Unternehmen habe, kann ich das vererben. Klar. Man muss ja halt Steuern zahlen und ein paar Dinge beachten, aber selbstverständlich geht das. Er hat sich trotzdem diese Frage gestellt. Und das setzte einen äußerst ungewöhnlichen Prozess in Gang. Zunächst hatte er klar gehabt, okay, da gibt es ein Betriebsvermögen. Das gehört jetzt zunächst mal alles mir. Da haben Leute 21 Jahre lang gearbeitet und das, was dort aufgebaut wurde, auch an neuen Gebäuden und so weiter, aufgrund des Erfolgs des Unternehmens, das gehört jetzt mir. Obwohl die anderen dafür gearbeitet haben und ich habe nichts dafür getan. Also war der erste Schritt, zu sagen, ich überlege mir, wie können wir den Gewinn in Zukunft gerechter aufteilen. Und dann hat er ein Erfolgsbeteiligungsmodell geschaffen. Ich will das nicht im Detail erläutern, falls das von Interesse ist, kann man hinterher noch darüber reden. Es wäre doch ein bisschen technisch. Und dieses Erfolgsbeteiligungsmodell war so gut, dass es bis heute besteht. Das setzt nur kurz gesagt oder führt dazu, dass die Mitarbeiter am Ende des Monats eine Barauszahlung kriegen, am Ende des Jahres eine Barauszahlung, immer abhängig vom Geschäftserfolg und sozusagen eine Rente, einen Rentenzusatz am Ende bekommen. Also da wird auf ein Darlehenskonto auch noch eingezahlt und am Ende ihrer Betriebszugehörigkeit bekommen sie dieses Geld dann ausgezahlt. Und in ihrem Todesfalle bekommen das dann die Erben. Okay, das hat irgendwie schon in so eine Richtung das Ganze gelenkt, dass es irgendwie so ein bisschen demokratischer, gerechter, fairer wurde. Und dann kam aber der Klaus Hopmann irgendwann auf den Punkt, dass er gemerkt hat, ja okay, also so die Art, wie der Gewinn verteilt wird, das ist jetzt schon gut. Und er hat auch gute Feedbacks bekommen. Aber wie ist es denn eigentlich mit den unternehmerischen Entscheidungen? Ich kann ja immer noch alles entscheiden, so wie ich das in der Geschäftsführung alleine für richtig halte, solange ich mich an die gesetzlichen Rahmenbedingungen halte. Aber ich kann auch das Unternehmen verkaufen, wenn ich will. Kann ich immer noch tun, also selbst trotz der Erfolgsbeteiligung. Was er dann gemacht hat, war, das Betriebsverfassungsgesetz im Grunde genommen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, 100 Jahre in die Zukunft aufzudenken. Ich weiß nicht, wer das kennt, ich bin kein Jurist, sollte ich irgendwo etwas nicht ganz korrekt wiedergeben, ich bin offen für entsprechende Verbesserungen. Paragraf 106 des Betriebsverfassungsgesetzes setzt einen Wirtschaftsausschuss voraus bei Unternehmen von 100 Mitarbeitern, die fest dabei sind. Dieser Wirtschaftsausschuss hat aber eigentlich nur zwei Funktionen. Nämlich erstens ein Informationsrecht für die Mitarbeiter zu sichern, dass die wissen, in etwa, was auf sie zukommt. Zweitens, der Wirtschaftsausschuss berät die Geschäftsführung oder den Vorstand bei wichtigen Entscheidungen, aber er berät nur. Er ist nicht in die Entscheidung involviert. Klaus Hoppmann hat den Wirtschaftsausschuss in seinem Unternehmen zum obersten Entscheidungsgremium gemacht und es wurde klar durchdekliniert, welche Entscheidungen durch den Wirtschaftsausschuss getragen werden müssen und getroffen werden müssen. Zum Beispiel Investitionen über 30.000 Euro, zum Beispiel Aufkäufe von anderen Werkstätten. Diese Dinge mussten fortan über den Wirtschaftsausschuss entschieden werden und dieser Wirtschaftsausschuss war aber in einer gewissen Zeit tatsächlich paritätisch besetzt, was sonst nur die Montanmitbestimmung reguliert. Sonst muss es nicht paritätisch besetzt sein. Es darf einen Überhang seitens der Geschäftsführung der Kapitaleigner geben. Er hat es dann paritätisch tatsächlich besetzt. Es gab genau exakt gleich viele Leute aus der Geschäftsführung, von der Inhaberseite und gleich viel von der Mitarbeiterseite. Und das Faszinierende ist, jetzt seit 41 Jahren, seitdem dieses Modell existiert, mit diesem Wirtschaftsausschuss, seit 41 Jahren, gab es keine einzige Paz-Situation, nicht eine. Hätte es eine gegeben, hätte es dafür eine Regulation gegeben, mit einem neutralen Dritten, der dann kommt. Aber es war nie nötig. 41 Jahre lang, paritätisch besetzt, keine Paz-Situation. Ich finde das mal ein Wort. Okay, das ging eine Weile gut. Das ging bis heute gut. Und nach einer gewissen Zeit hat dann Klaus Hauptmann Rückmeldungen bekommen von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass das ja alles schon ganz schön und gut ist. Also die Erfolgsbeteiligung ist toll. Der Wirtschaftsausschuss ist prima. Aber in unserer praktischen, täglichen Arbeit sind wir irgendwie noch nicht so richtig dabei, mitzubestimmen und das selber mitzuentscheiden. Können wir da irgendwas tun? Interessant, die fingen schon an, selber demokratischer zu werden, die Mitarbeiter. Und dann wurden Arbeitsgruppen eingerichtet, selbstgesteuerte Arbeitsgruppen, die einen eigenen Sprecher gewählt haben und regelmäßig tagten. Und dieser Sprecher, den sie gewählt haben, leitete dann diese Gruppenmeetings. Und es gab zwar noch eine formale Führungskraft, die nicht durch die gewählt war, aber sobald es irgendwelche Schwierigkeiten oder Probleme gab, musste diese Führungskraft unter der Leitung des gewählten Sprechers in diesen Gruppen gemeinsam die Probleme lösen. Das funktioniert bis heute. Es gibt 18 von diesen Gruppen. Und sie haben auch, die Mitarbeiter, das Recht, wenn die Führungskraft mal eine Entscheidung trifft, die sie nicht tragen wollen, einen Aufschub zu erwirken und das gegebenenfalls nach oben zu eskalieren und zu sagen, okay, wir sind damit nicht einverstanden und solange wir nicht einverstanden sind und das Problem gemeinsam geklärt haben, gegebenenfalls eine Stufe höher, eine Hierarchiestufe, dann werden wir das erstmal nicht machen. Damit müssen die Führungskräfte dort leben. Und auch das funktioniert. Zu ein, zwei Daten komme ich gleich noch. Das war der dritte Baustein. Jetzt gibt es noch einen vierten und der war das aus meiner Sicht absolut faszinierendste. Visionär, behaupte ich. Ich habe bislang noch niemanden gefunden an inhabergeführten Unternehmen, wo der Inhaber mir gesagt hätte, Mensch, das würde ich mir jetzt auch mal überlegen. Ich bin gespannt, wann mir das das erste Mal passiert. Ob ich das erlebe, das würde mich freuen. Er hat nämlich gemerkt, der Klaus Hoppmann, dass in diesem Erfolgsbeteiligungsmodell, das war so vorgesehen, dass bevor der Gewinn ausgeschüttet wurde an die Mitarbeiter, dass der gehälftet wurde. 50 Prozent gingen an das Unternehmen zum Aufbau des Eigenkapitals. Was vernünftig war, dadurch waren sie sehr stabil und auch relativ unabhängig von Banken. Das hat gut funktioniert. Und die anderen 50 Prozent, die sind dann verteilt worden, so wie ich es vorhin ganz kurz geschildert hatte. Aber durch diese Rücklagen war es rein rechtlich so, dass er eigentlich immer noch einen Zugriff auf diese Rücklagen hatte und er hätte sie auch unter bestimmten Regularien privat entnehmen dürfen. Das wäre nicht gesetzeswidrig gewesen. Und dann hat er sich gefragt, Moment, das kann doch jetzt nicht sein. Jetzt wiederum seit Jahren arbeiten hier die Leute so viel, so hart und so gut, machen so einen tollen Job und wir wachsen und trotzdem ist das immer noch meins. Und ich kann damit eigentlich mehr oder weniger machen, was ich will. Und dann hat er ein bisschen recherchiert und kam auf die Lösung, das Unternehmen und die gesamten Betriebsmittel und alles, was zu diesem Unternehmen gehört, das gesamte Kapital an eine soziale Stiftung zu übergeben, die er gegründet hat. Und damit wurde die Autowelt Hoppmann zu einem sozialen Stiftungsunternehmen. Die einzige Gesellschafterin war diese soziale Stiftung, die die Gesellschaft der Aufgaben, Rechte und Pflichten wahrgenommen hat, aber als juristische Person. Und diese Stiftung hatte die Aufgabe, Demokratie im Alltag voranzubringen. Und es wurde auch klar geregelt, dass niemand aus dem Stiftungsvorstand gleichzeitig in der Geschäftsführung sitzen darf. Und sowohl die Geschäftsführung als auch der Stiftungsvorstand konnten das Unternehmen auch nicht beliebig in eine Richtung lenken, wie sie das wollten, sondern mussten jeweils auch nochmal das Platzet holen, sich vom Wirtschaftsausschuss. Und das Ganze, diese vier Elemente, Erfolgsbeteiligung, Wirtschaftsausschuss, Arbeitsgruppen und Stiftungsunternehmen, das ganze Bild, das sogenannte runde Modell der Hopmann-Auto-Welt. Von damals 161 Mitarbeiter angewachsen auf heute 430. Ich glaube, die Bilanzsumme ist um 747% gestiegen in der Zeit und der Umsatz um 500 irgendwas Prozent. Und auch wenn man es umrechnet aufs Jahr, jeweils mit einem deutlich erhöhten Wachstum pro Jahr als in den ganzen Jahren zuvor, seit der Demokratisierung ging es deutlich bergauf. Okay, jetzt das dritte und letzte Beispiel. Und weil ich nicht den Eindruck vermitteln möchte, was ich auch immer wieder gefragt werde in Diskussionen oder was dann kritisch angemerkt wird, ja, aber Unternehmensdemokratie ist doch kein Garant dafür, dass es erfolgreich wird. Ja, natürlich nicht. Klar. Und deswegen möchte ich jetzt ein Beispiel bringen, wo eine Unternehmensdemokratie voll vor die Wand gefahren ist. Und meine Interpretation, woran das liegt. Das Unternehmen, was jetzt kommt, wieder eine andere Branche, Solartechnologie. Wagner Solar, GmbH und Co. KG in 1973 gegründet. Wer sich mit der Thematik von Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Demokratisierung in der Arbeit beschäftigt, weiß, dieses Unternehmen war viele Jahre lang ein sogenanntes Leuchtturmunternehmen im Zusammenhang mit dieser Art des Arbeitens von Selbstbestimmung, Mitbestimmung. Jahrelang, immer wieder zitiert, Wagner Solar, GmbH und Co. KG. Heute Teil einer Holding, aufgekauft, nichts Demokratie mehr, null. Völlig normale Geschäftsführungsstrukturen. Wie kam es dazu? 1973 gegründet von Marburger Studenten, so ein bisschen so Graswurzelmäßig, so ein klein wenig, und damals tatsächlich mit einer Idee von Basisdemokratie gegründet. Interessanterweise, ich habe acht Unternehmen mir genau angeguckt, wo ich vor Ort hingefahren bin, wo ich mit Geschäftsführern gesprochen habe, mit Mitarbeitern, Aufsichtsräten, Betriebsräten. Und das Interessante, es ist das einzige Unternehmen, was wirklich eine ganze Zeit lang basisdemokratisch aufgestellt war. Weil das wird nämlich häufig immer verwechselt, dann kommt jemand daher, ja, diese ganzen stundenlangen Diskussionen, so alte studentische Erinnerungen, ja, oder in der Küchen-WG irgendwie, WG-Küche sitzen und stundenlang debattieren, gleichberechtigt, ja, wird jetzt der Abwasch gemacht oder nicht und entnervt, macht ihn dann irgendwann jemand. Das wird häufig mit Unternehmensdemokratie gleichgesetzt, was einfach faktisch falsch ist, denn das war das einzige Unternehmen, eins von acht, und auch, ich kenne mittlerweile noch einige mehr, wo tatsächlich eine Zeit lang Basisdemokratie geherrscht hat. Das war der Anfang. Und jetzt gibt es eine interessante Entwicklung der Demokratie in diesem Unternehmen, so ein bisschen, hat ein bisschen was hier mit zu tun. Am Anfang war die Basisdemokratie da. Da war wirklich die Idee, der Grad, alle entscheiden jederzeit alles mit. Das war der Anspruch. Man könnte ja sagen, irgendwie völliger Irrsinn, eben diese komische Vorstellung, alle machen alles und können, wie soll das gehen? Wer ist eigentlich am Ende verantwortlich? Interessant war, dass es trotzdem funktioniert hat, dass das Unternehmen eine gewisse Zeit lang damit sich aufbauen konnte. Irgendwann kam es dann dazu, dass diese Basisdemokratie verwandelt wurde in eine repräsentative Demokratie. Das heißt, nicht mehr alle haben alles entschieden, sondern es gab dann irgendwann hierarchische Strukturen, immer noch sehr flach. Es gab die Geschäftsführung, Abteilungsleiter, der Rest. Die Abteilungsleiter wurden in dieser allgemeinen repräsentativen Demokratie von allen anderen gewählt. Dann haben sie damit eine Weile weitergearbeitet und irgendwann kam so ein bisschen ähnlich wie bei Hoppmann die Idee auf, wie könnten wir denn den Gewinn gerechter verteilen, aber auch die Risiken auf mehr Schultern verteilen. Dann gab es die Idee, okay, wir könnten das doch so gestalten, dass alle Geschäftsanteile erwerben können und damit einerseits mehr Chancen bekommen, aber auch mehr Risiken tragen und damit unternehmerischer werden. Dann wurde das gemacht, rechtlich in die Wege geleitet und dann wurde das und es wurde entsprechend dann tatsächlich durchgeführt. Allerdings war zu dem Zeitpunkt schon etwas geschehen, was nicht so gut war, was die nicht bemerkt hatten, nämlich immer mehr Leute eingestellt, sind immer weiter gewachsen, dass längst nicht mehr alle Personen an der Demokratie interessiert waren und auch nicht daran interessiert waren, jetzt Geschäftsanteile zu kaufen. Also kauften einige Leute Geschäftsanteile und wurden zu Mitinhabern, zu Mitgesellschaftern, aber einige auch nicht. Und dadurch entstand eine Zwei-Klassen-Gesellschaft und da resultierte daraus, dass diejenigen, die Geschäftsanteile gekauft haben und mehr Risiken eingegangen sind, nicht mehr damit einverstanden waren, dass die anderen mit weniger Risiken nur die Abteilungsleiter wählen sollen. Also war der nächste Schritt aus der allgemeinen repräsentativen Demokratie, eine selektive, ich weiß nicht, ob es das gibt, ich habe das mal so genannt, eine selektive repräsentative Demokratie zu machen. Nur die, die Geschäftsanteile besaßen, durften wählen. Schwierig. Können Sie sich denken. Das ging dann weiter und weiter. Das Unternehmen wuchs und wuchs, bis hin in der Spitzenzeit auch immerhin 400 Mitarbeiter. Das ist kein Weltkonzern, aber auch 400, nicht schlecht, finde ich. Immerhin sogar zum Marktführer im Bereich Solarwärme in Europa für einige Jahre. Also ein super erfolgreiches Unternehmen eine ganze Weile lang. Und dann kam es am Ende aber dazu, dass die Geschäftsführung langsam mit dem Wachsen des Unternehmens subjektiv das Gefühl hatte, dadurch, dass die Entscheidungen, die finanziellen Entscheidungen, die getroffen werden mussten oder Entscheidungen, die einen Impact hatten auf die finanzielle Situation des Unternehmens, immer größer wurden, weil das Unternehmen immer größer wurde und dass dadurch auch die Risiken immer größer werden für sie als Geschäftsführer. Stichwort beispielsweise Insolvenzstrafbarkeit. Verständlich, total verständlich. Was sie dann gemacht haben, war allerdings keine gute Lösung aus meiner Sicht. Dann haben sie nämlich diese selektive, repräsentative Demokratie absolut ad absurdum geführt, wie auch einer der Geschäftsführer mir hinterher aus seiner jetzigen Perspektive erklärt hat. Er sagt, es hatte nichts mehr mit Demokratie zu tun. Was sie dann gemacht haben, war, ihr alle habt gewählt und dann sind irgendwie zwei, die sind jetzt die Abteilungsleiter und ich bin Geschäftsführer und sage, nee, den vertraue ich nicht. Wahl ist annulliert. Wählt nochmal neu. Ist gut, ne? Ich finde es eine klasse Demokratie. Das war tatsächlich nicht mehr wirklich demokratisch. Gleichzeitig parallel gab es ungefähr ab 2012 eine dramatische Entwicklung auf dem Markt. Ich hatte es vorhin gesagt, das Thema Anpassungsfähigkeit. Die ist da komplett zu dem Zeitpunkt schon abhanden gewesen. Was ist passiert? Zum einen, vielleicht erinnern sich einige, die Solargesetzgebung hat sich geändert, die Möglichkeiten der Subventionierung haben sich geändert. Dadurch konnte nicht mehr so viel abgesetzt werden und verkauft werden. Also es gab einen Einbruch. Das war schon an sich ein Problem. Das hätten sie vielleicht noch auffangen können. Aber gleichzeitig, parallel, drängten neue Mitbewerber aus China auf den Markt, auf den deutschen Markten, haben dort auch mehr Produkte verkauft in diesem Bereich, wo eben Wagner Solar tätig war. Und das gleichzeitig auch nochmal. Drittes Problem, natürlich, wie wir uns das jetzt vorstellen können, deutlich geringeren Preisen, als Wagner Solar das in der Lage war, herzustellen und zu verkaufen. Das war zweifelsfrei eine sehr, sehr schwierige Situation. Alleine schon durch die Veränderung des Marktumfeldes. Alleine die wirtschaftliche Situation war ein Problem. Dann kamen aber diese internen Dinge noch dazu. Und im April 2014 war es dann soweit, also gar nicht so lange her, dass der Insolvenzantrag gestellt wurde. Das Unternehmen wäre beinahe komplett kaputt gegangen, vor die Wand gefahren. Und es wurde dann jedoch ein großer Kunde von der Firma gefunden, der sich bereit erklärte, das eine niederländische Holding des Unternehmens zu übernehmen. Und mit der Übernahme und die Integration in diese Holding wurden dann diese demokratischen Strukturen, so sie irgendwie noch halbwegs vorhanden waren, endgültig wieder vom Tisch gewischt. Und seitdem ist wieder eine schöne, saubere, klare Organigrammstruktur da, so wie man sie kennt. Meine Interpretation, was die Ursachen im Innenverhältnis, im demokratischen Verhalten waren, im Führungsverhalten, in der Führungskultur, lauten ungefähr folgendermaßen. Zum einen haben die einen großen Fehler gemacht, weil sie im Grunde genommen keinerlei wirklich professionelles, wie ich das nenne, Entscheidungsdesign entwickelt haben oder immer weiterentwickelt haben. Sie haben im Grunde genommen, kommend aus dieser basisdemokratischen Idee, was sie dann gemacht haben, war irgendwie, sich zusammenzutreffen und abzustimmen. Ja, ich bin dafür, bin dagegen. Das ist keine effektive Art, sowas zu machen. Damit kann man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit irgendwann vor die Wand fahren. Weil dann entsteht genau das, was viele als Bild im Kopf haben. Da sitzen dann 5, 6, 10, 20 Leute um den Tisch herum und man diskutiert, bis man irgendwie, keine Ahnung, graue Haare bekommt. Also sie hatten kein wirkliches professionelles Entscheidungsdesign, wo sie wirklich sinnvolle Methoden und Strukturen geschaffen haben, um eine Demokratie zu verwirklichen und die Aufgaben, die damit verknüpft sind und verbunden sind. Und zweitens, Riesenthema, das hat mir dann auch zum Beispiel ein Mitarbeiter erzählt, mit dem ich gesprochen habe, der so um, ich glaube, 2011 rum in das Unternehmen reinkam. Also schon relativ fortgeschrittener Zeit und kurz vor dem Insolvenzantrag. Der hatte seinerzeit selber überhaupt gar kein Interesse an der demokratischen Kultur und Struktur dieses Unternehmens. Null. Der wollte einfach nur diese Stelle dort haben und einfach nur fachlich dort arbeiten. Und interessanterweise ist er im Einstellungsverfahren auch überhaupt nicht auf eine kulturelle Passung untersucht oder getestet oder wie auch immer worden. Man hat mit ihm nicht geguckt, passen wir kulturell zusammen? Möchte ich überhaupt Verantwortung übernehmen? Habe ich ein Interesse daran, meine Führungskräfte zu wählen? Und dergleichen mehr. Habe ich vielleicht Interesse, Geschäftsanteile zu übernehmen oder nicht, Verantwortung zu übernehmen, aber auch mehr Chancen wahrzunehmen. Es gab das nicht. Es ist einfach eingestellt worden. Und so war es tatsächlich, so hatte mir auch der Geschäftsführer dann gesagt, ja, am Anfang war es so, dass sogar viele Leute zu Wagner gekommen sind, gar nicht so sehr wegen dem Produkt, sondern weil sie es damals, jetzt mal so ein bisschen jugendlich, flachsig gesprochen, geil fanden, dass dort die Kultur mal komplett anders ist. Deswegen sind die Leute am Anfang gekommen. Und das hat sich komplett gedreht. die Leute sind dann gekommen, weil die ein führender Hersteller in einem bestimmten Bereich waren und dort für bestimmte Fachbereiche halt eben tolle Jobs waren. Und die wollten in diesem Fach gute Arbeit machen. Das ist ja auch gut. Keine Frage. Aber das andere hat sie überhaupt nicht mehr interessiert. Und darauf wurde bei diesem Einstellungsprozess überhaupt nicht geachtet. Gar nicht. Ein dritter Kardinalfehler bestand darin, ich habe zuerst mit dem Geschäftsführer gesprochen, habe ich später mit einem anderen Mitarbeiter gesprochen. Und es war schon interessant, weil der Geschäftsführer war der Meinung, dass diese problematische Situation, die sich aufgrund der Marktveränderung, der Gesetzesänderung usw. ergeben hat, dass die ausreichend ins Team zu den Mitarbeitern kommuniziert worden wäre. Und der hat gesagt, nö. Also bei ihnen kam das erst relativ spät an, was so der Ernst der Lage war und wie ernst es denn war. Sprich, also die Kommunikation war auch gar nicht so ideal gelaufen zwischen den Hierarchie-Ebenen. Und es bestand aber auch nicht die Absicht, da was zu verheimlichen. Also da waren sich die beiden auch, ich habe die auch an den Tisch zusammengebracht, waren sich da durchaus auch einig. Also es ging nicht darum, jetzt irgendwie was zu vertuschen, zu verheimlichen oder die Mitarbeiter irgendwie dann doch draußen zu lassen. Das war nicht die Absicht. Die haben im besten Sinne gehandelt, aber es hat nicht ausgereicht. Und dann gab es noch etwas, das wurde niemals thematisiert, obwohl es dann in dem Gespräch mit mir relativ schnell auf den Tisch kam. Es gab diese Führungskräftewahlen und es gab dann ein interessantes Phänomen. Nämlich die Führungskräfte, die gewählt worden sind, blieben eigentlich permanent Führungskräfte. Sie wurden immer wieder gewählt und immer wieder und wieder und wieder. Und dann sagte mir der Geschäftsführer, er versteht aber gar nicht, warum. Denn zufrieden waren die Leute mit denen nicht. Und dann hat er angefangen, selber nach einer Erklärung zu suchen im Dialog mit mir und kam dann zu etwas, was ich sehr verstehen könnte. Es ist im Grunde genommen eine Expertokratie entstanden. So würde ich das nennen. Sprich, diejenigen, die auf diese Führungspositionen gewählt worden sind, haben im Laufe der Jahre, im Laufe des ersten Jahres, das war am Anfang immer ein jährlicher Wahlturnus, schon mal so viel Expertise aufgebaut, dass jemand anderes sagt, das kannst du besser als ich. Zweites Jahr, noch mehr Expertise kumuliert. Und so weiter und so fort. Und so kam es dann im wahrsten Sinne zu der Expertokratie, in die die Demokratie eigentlich nicht verkommen sollte. wie ein ehemaliger Bundespräsident von uns mal formulierte. Das waren aus meiner Sicht die Fehler, die handwerklichen Fehler, die gemacht worden sind. Vielleicht hätte ja die Insolvenz abgewendet werden können, wir wissen es nicht. Aber diese Fehler sind aus meiner Sicht gemacht worden. Okay. Soweit mit Wagner-Solar. Letztes Fallbeispiel. Zum Abschluss, bevor es jetzt in die Diskussion geht, möchte ich noch drei kurz, drei Thesen in den Raum geben, um vielleicht die Diskussion noch ein bisschen anzuheizen. Ich habe mir am Ende meine acht Fallbeispiele angeguckt, wo ich eben mit den Leuten gesprochen habe und die ich analysiert habe und dann so große Fallstudien daraus gebaut habe, so 15 bis 20 Seiten immer. Und habe geguckt, gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten? Und eine wichtige Lesson learned, und das wäre etwas, was mir wichtig wäre, das hier mitzugeben, es gibt keine Best-Case-Geschichte. Es gibt kein Best-Case von Demokratisierung oder gleichdemokratisch aufbauen. Jedes einzelne Unternehmen ist wirklich eine eigene Geschichte mit einer eigenen Ausprägung, einem eigenen Verständnis von Demokratie, mit eigenen Instrumenten, einem eigenen, wie ich es nenne, eben Entscheidungsdesign, mit verschiedenen Methoden, wie die angewendet werden und so weiter. Und es sind Unternehmen aus vollkommen unterschiedlichen Branchen, von ungefähr knapp 100 Mitarbeiter bis 2400 Mitarbeiter. Das gibt es nicht. Aber es gab so irgendwie doch ein paar Gemeinsamkeiten, und die habe ich dann formuliert als elf Thesen für Unternehmensdemokraten im Aufbruch. Und drei sind nicht die ersten drei, aber vielleicht noch nicht die wichtigsten. Aber so die, die mir gerade irgendwie nahe waren, drei möchte ich kurz noch hier jetzt am Abschluss preisgeben. Erstens, Demokratie ist ein Wert an sich. Sie ist kein alleiniges Mittel zum Zweck der Gewinnmaximierung. Demokratie ist ein Wert an sich. Sie ist kein alleiniges Mittel zum Zweck der Gewinnmaximierung. Zweite These, Arbeit an sich selbst. Auch das Top-Management muss sich verändern. Manchmal muss es sogar bei sich anfangen. Drittens, positives Menschenbild. Vertrauen in die Kompetenzen und den guten Willen der Mitarbeiter ist das Fundament. vertrauen auf das Waffe zu verändern. Vielen Dank.